Da ist eine Urne unten in der Zentrale. Würden Sie die bitte abholen? Friedfeld ist ja eine relativ neue Idee und das ist natürlich ganz natürlich, dass man neuem Gegenüber erstmal sehr kritisch ist, vorsichtig. Es ist auch Nachbarwald da, der nicht zum Friedwald gehört, da wird dann schon mal gearbeitet. Das ist zuweilen schon ganz störend, wenn man dann am Grab betet und nebendran sägt einer Holz klein. Wir haben keine Kinder. Für uns wäre keiner da, der so eine Grabpflege machen könnte. Und wir freuen uns eigentlich darüber und gehen also auch mit dem Tod jetzt ganz anders um. Also ich stelle mir vor, dass wir da irgendwann auch mal ein Picknick machen. Ich habe nun auch eine besondere Beziehung zu Bäumen. Für mich sind das Leben eine Wesen. Das klingt zwar fast ein bisschen esoterisch, aber das ist doch Natur. Das ist einfach die Natur und wir sind auch ein Teil der Natur. Und wir sind jetzt die Natur und du bist eine束 hopeful. Das ist einfach die Alternative. Das ist einfach auch nicht. Das ist einfach die Natur, die clocktämpfe. Das ist einfach die Cute. Das ist einfach die Natur. Das ist einfach die Natur veran дня.